Okay, das war ziemlich cool. Das war... Das war ziemlich cool. Ich habe mich gerade gefragt, was das hier für ein Windwaker-Fisch ist. Habe ich gesehen, das ist Mifas-Zeichen einfach. Ups. Naja, passiert. Was ist das denn? Oh, das klingt doch ganz gut. Lass uns das mal machen. Für ein bisschen Hyrule-Gras kann man schon mal... Kann man das schon mal machen. Ein mysteriöser Meditationsraum. Der ideale Ort für mentales Training. Okay, aber erst müssen wir das hier noch machen. Das bisschen... Das bisschen Gras für ein bisschen Milch können wir ruhig mal ausgeben. So, was geht denn hier noch? Eintrittsexamen. Du musst beweisen, dass du Monster in einer großen Zahl besiegt hast, bevor du zum Spezialtraining am Hyrule... Mö... 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 Kombinieren. Von dir. Kombinieren wir mal... Das da mit dem hier. Geht noch mehr? Vielleicht mit dem hier und dem da und dem da und das da? Okay. Okay, jetzt haben wir eine Route... Stufe 6 einfach. Nicht die mächtigste Waffe aller Zeiten, aber besser als nichts. Man kann ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Klingt schon ziemlich insane, muss ich sagen. Ah, es kann mir so ein Ding hier dingsen, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann kann ich da die Teile mal reinpacken. Warte, was? Ah, shit, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Jo... Und jo. Hm? Jo. Ich möchte eigentlich gerne ein insanees Schwert einfach nur haben. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Angenommen, ich packe den ganzen Bums da jetzt mit rein. Weil wir das eh alles nicht brauchen. Uh. Cool, cool. Das können wir bei den anderen auch noch machen, ne? Dass wir dein Strong-Ding hier nehmen und dann einfach den ganzen Kram da rein prügeln. Uh. Sehr gut. Bei dir lohnt sich das noch nicht. Und bei dir lohnt sich das auch noch nicht. Okay, so weit, so gut. Ich würde sagen, eine Route machen wir noch. Und dann wechseln wir zur PS5 rüber. Uh, was haben wir hier denn? Wir brauchen mehr Forscher. Okay, los geht's. Mich gewillt einzuspringen. Mehr Forscher arbeiten nur in dem Institut. Die Forschung des Schika-Sensors hat begonnen. Die Forscher sind zwar neu, leistet jedoch hervorragende Arbeit. Die Forschung geht gut voran. Ah. Du kannst Materialien auf der Hyrule-Mission oder zum Kochen aufspüren oder bestimmte Materialien suchen. Drücke X auf den Bildschirm. Aha, aha. Cool. Ne. Okay, ich sehe, ganz viele wollen Mami haben. Dann gehen wir zur Mami und gucken, was passiert. So, warte. Habe ich mein geiles Schwert ausgerüstet? Perfekt. Und sie hat auch ihr... Okay, alles super. Dann kann's ja losgehen. Fliegen wir mal in Richtung Wüste. Schau mal, was passiert. I'm so excited. And I just can hide it. Die Gerudo leben in einem Dorf der gleichnamigen Region. Sie sind ein starkes und stolzes Volk der Wüste, das ausschließlich aus Frauen besteht. Aufgrund ihres herausragenden Geschicks im Kampf sowie ihrer Fähigkeit, über den Blitz zu gebieten, fiel die Wahl des Piloten für den Titanen Varna Boris auf Urbosa, die Anführerin der Gerudo. Auch verband sie eine enge Freundschaft mit der verstorbenen Königin von Hyrule. Mit Link an ihrer Seite trat Zelda nun die Reise nach Gerudo-Stadt an, nicht ahnend, dass sie auf dem Weg eine überraschende Begegnung erwarten würde. Die Gerudo-Stadt an der Gerudo-Stadt an der Gäude. Warum? Warum greifen die Gerudo uns an? Das werden wir wohl Königin Urbosa selbst fragen müssen. Nein, ich will nicht gegen die Gerudo kämpfen. Wir haben sie einfach richtig hart umgebracht. Mord in Zelda, Alter. Was zur Hölle? So weit ist es schon gekommen. Die Musik in dem Spiel ist halt echt richtig gut. Also damn, Bruder. Läuft übel so. Kann ich, kann ich, finde ich gut. Macht Spaß. So, dann rushen wir mal hier rüber. Es ist an der Zeit. Was ist an der Zeit? Oh, verdammt. Trollt uns Urbosa gerade? Trollt sie uns einfach? Ist sie einfach ein fucking Troll? Ich glaube nämlich, sie fucking trollt uns gerade richtig, richtig hart, Mann. Das ist ein Sound-Effekt. Das ist schon ein bisschen schlecht. Not gonna lie. Ja, wundervoll. Was macht ihr denn da? Steht nicht in der Gegend rum, schnappt euch Zelda. Tja, was ist mir noch mit Urbosa los? Die Tore sind offen. Das ist unsere Chance, Mann. Let's go. Und zuerst, warum muss ich ja nicht denen immer sagen, wo sie hingehen sollen? Ist es nicht offensichtlich, dass sie hier hin sollen, Mann? Kann ich gar nicht. Okay, ja doof. Geht mal nach da. Folge Link. Ich hoffe, das bedeutet das. Ich meine, das schickt eigentlich eine ziemlich schlechte Message. Weil das sagt ihr halt essentiell gerade, mit Gewalt kommst du überall hin, wenn du möchtest. Die Musik gibt mir einfach übelste Jojo-Vibes, Mann. Es ist halt einfach... Keine Ahnung, warum. Aber ich habe halt die krassesten Jojo-Bizarre-Adventure-Vibes hier gerade. Ah, na bitte, da geht es ja. 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 Oh, nice. Wir können einfach die Bäume kaputt machen. Lass das mal machen, damit das Spiel besser läuft. Okay, Bitch, was zum Fick, Alter. Ja. 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 Es ist nur ein Prank, Bro. Yes, Mami ist home. Punish me. Verflucht sollt ihr sein. Verflucht dafür, mir im Wege zu sein. Mega gut. Aber da ihr schon einmal hier seid. Übernehmen jetzt meine Jungs! Also, hä? Okay, los geht's. Selbst er ist verwirrt. Wenn der Kleine verwirrt ist, dann bedeutet das was. Oh, wir können Mami spielen. ZR halten um die... Okay. Okay. Au. Warte, das kriegen wir hin. Obosa! Stopp! Stopp! Damn, okay. Holy shit, holy shit. Was ist hier los? Oh, sie ist einfach so boss, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht einfach... Die ist einfach so gut. Damn, Brudi. I love it so. What a queen, einfach. Stell dir vor, du bist einfach so krass drauf, wie sie hier. So ist denn unser Freund. Ah, da ist einer. Stopp. Ta-da-da-da. Ach, das ist... Wenn wir im Norden für Unruhe sorgen würden, um das Ding anzulocken. Let's fucking go. Da vorne tanzen die auch einfach schon mega. Gib dich zum Ziel. Auf zum Jäger-Clan, Alter. Kann ich hier überhaupt lang? Ich glaube, hier geht es gar nicht. Ich muss aus der Stadt dann raus. Ich würde gerne mal ihren Special sehen, eigentlich. Kann zusehen, dass wir den so ein bisschen aufladen. Ah, guck mal. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ich glaube aber eher nicht so. Oh mein Gott. Wie übelst krass einfach. Ich habe tatsächlich eine kleine Coop mit dem Gregor gemacht. Wir haben Fiesta Online gespielt. Mein Video dazu kommt morgen. Und wir haben noch zwei weitere MMO-RPGs, die wir zusammen spielen werden. Daher, ähm... Ein bisschen wird er noch kommen. Zeit für eine richtig krasse Armeegeschichte hier. So, wo ist denn hier was? So, wo ist denn hier was? Car fucking boom, Alter. Geht direkt weiter. Das war so krass. Sie kann hier ein Special direkt nochmal ausführen. Ah, okay, ich kann das Bombenmodul gar nicht einsetzen. Ich wurde hart getrollt, Mann. Uh, nice. Au. Nicht so nice. Oh, cool. Ach, wir sollen die auch mit Bomben besiegen. Warum bin ich so ein Vollidiot, Alter? Das sehe ich jetzt erst. So. Die ganze Zeit hier fröhlich am Dude killen und merkt gar nicht, was los ist, Mann. Okay, das ist gar nicht mal so stark. Machen wir mit ihr weiter. Die ganze Zeit hier ist. Die ganze Zeit hier ist Moritz. Das war der Grund. So? So. So. Ich hab das. Ja! Das ist so. Ah-ha. Damit hat keiner gerechnet. Sollen wir gegen ihn kämpfen? Okay, sollen wir nicht. Wir sollen die Vorposten erobern, während uns so ein Teil hinterher rennt, Mann. Ups, ah, das wollte ich nicht. Ah, wir können, nee, können wir nicht. Doch können wir. So, warte. Ah, du gehst mal nach... Da. Du gehst mal nach... Da. Und ich nehm das da oben. Ich geh mal davon aus, dass, ähm... Der Dude noch irgendwie wichtig wird. Deswegen möchte ich ihn eigentlich nicht killen. Vor allem ist er auch nicht das Ziel. Also warum... Ups, das war ein richtig smarter Move. Sehr gut. Und... Wow, faszinierend. Großartige Bewegung. Relatable einfach. Hey Squall, was geht ab? Was ist... In meinem Tag heute passiert sich ja gerade. Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich hab heute extrem viel geschlafen mal wieder, weil ich anscheinend konstante Erholung brauche, weil ich so hart arbeite, weil ich so ein schweres Leben habe. Ähm... Aber das hat sehr gut getan. Hab mein Video fürs Unboxing fertig geschnitten von der PS5 und hab einfach super viel Stuff auf der PS5 runtergeladen. Relatable Content einfach. Fuck. Ich hab ein bisschen gehofft, dass wir... Okay, schade. Was soll's. Mach alle auf, Alter. Was ist das für ein... Für ein Trara. Wäre geil, wenn man halt... Wenn man sie auswählt, sehen könnte, wo sie hingehen. So, los geht's. Die Musik ist halt echt voll gut. Ich bin erstaunt, wie gut diese Musik ist. Aber ich mein, selbst Hyrule Warriors hatte ja schon richtig, richtig großartige Remix da eigentlich. Daher wundert mich das nicht. Halt es an! Es ist vorbei! Gut. Sehr schön, dann. Zeit für mehr Befehle. Ihr müsst alle nach da oben, was ihr nicht könnt. Okay, schade. Geht das? Ich kann eigentlich zumindest nach da schicken, was irgendwie eine Option ist. Rojay, danke für zwölf Monate Sub. Komm ich da irgendwie hoch? Ah, da. Okay. Spiel später Astro. Ja! Ich spiel jetzt noch das hier fertig und dann spiel ich eine Runde Astrobot. Ich mag es wie er nur, wenn er in den Sand slidet. Aber wir kommen ja gar nicht rein. Doch, tun wir. Das kann sich schon von mir! Das kann sich schon von mir aussehen, wenn er in den Sand fliehen will, wenn er in den Sand fliehen will. Oh, shit. Ah, fuck, er ist schon weg, ne? Shit, sie hätten das auch noch machen können. Eine Bombe! Vorsicht, Explosion! Gelegenheit! Er ist halt einfach ein richtiger Boss, man. Was halt schon ein bisschen cool ist. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Kann ich auch, Bruder. Oh, nein! Er zittert von mir! Also, aufgeschlappt! Was? Mit Stasis künftig! Ah, what are you doing? Ah, bin ich bescheuert! Richtig, 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 richtig smartes Ding. Oh, jetzt muss ich ewig warten, bis das Ding wieder auflädt. Wir hätten das so geil einfach jetzt machen können. Ah, sehr gut. Schade! 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 Ah, na bitte. Das war cool. Die Kämpfe sind voll gut. Ich bin überrascht. Solches Grabzeug hat mich besiegt. Was ist der Koba? Super! Endlich! Ich dachte, ich sterbe! Das seid mir. Ziehen wir uns. Mit mir! Mega gut. Mega gut. Mega gut einfach. Holy shit. Wir haben neue Waffen. Mega gut. Und wir haben eine neue Ausrüstung. Voll nice. Tut mir leid, euch an einen solchen Ort zu rufen. Die Stadt befindet sich zurzeit in Aufruhr. Das macht doch nichts, Urboser. Sei ganz unbesorgt. Die Jägerbande. Ihr habt sicher bereits davon gehört. Abtrünnige der Schieker, die die Wiederkehr der Verheerung Ganon planen. Diese Tuniggute tyrannisieren das Gerudo-Tal. Wir dürfen ihrem Treiben nicht weiter tatenlos zusehen. Ich bin mehr als bereit, den Titanen zu steuern. Auch bist du zu wichtig, als dass ich dir meine Hilfe verweigern könnte. Tausend Dank, Urboser. Ich werde ebenfalls meine Pflicht tun. Als Prinzessin von Hyrule. Prinzessin. Nur ein einziges Wort von dir genügt mir. Damit ich dir meine Stärke leihe. Mega gut. Mega gut. Oh shit, jetzt geht's nochmal richtig ab, oder? Du sagst also, dass du Reis ausgenommen hast. Das ist der Typ aus dem Trailer. Nun wäre ich nicht gestört worden. Meine Erwartungen an dich waren von Anfang an nicht hoch. Wie dem auch sei. Du, zeige mir die Zukunft. Dieses Bild zeigt exakt, wie die Zukunft sein soll. Ich werde nicht zulassen, dass irgendwer sie ändert. Oh mein Gott. Okay, los geht's. Holy shit. Es gibt tatsächlich zwei. Mega nice. Okay. Das Spiel ist ziemlich, ziemlich gut. Holy shit. Ich bin sehr, sehr, sehr dabei bei dem, was hier passiert. Story ist super cool. Aufmachung ist super cool. Performance könnte ein bisschen geiler sein. Aber insgesamt finde ich das eigentlich echt nice. Bockt schon. Sehr cool, sehr cool. Aber hier würde ich erstmal den Break für Hyrule Warriors machen. Meine Playstation 5 wartet und ich möchte, ehrlich gesagt, auch ein bisschen PS5 spielen. Daher, danke fürs Zuschauen an alle, die jetzt gehen. Und, holy shit. Morgen spielen wir das hier den ganzen Tag einfach. I cannot so. Wie großartig das einfach ist. Mega gut. Ah.